Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf den Jacken nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Grand Hotel Mania. Ich werde es mal starten. Ich kenne das Spiel nicht. Ich bin mal ganz gespannt, was man überhaupt machen muss. Gäste ein Check-ins. Zwei Stück. Hallo, Börs. Ich bin... Okay. Was muss man hier machen? Ja, ich bin... ... ... ... ... ... ... Okay. Lippie, ist das alles? Level 1 abgeschlossen. Fortfahren. Starten. Um. Um. 90 Münze verdient. 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 160 Münze verdient. 90 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 Münze verdient. Oh nein, das habe ich nicht mehr. Ach so, ok, ich verstehe, ich brauche es aber gar nicht warten. Ok, ich habe es jetzt hier geschenkt. Okay. Okay. Ja. 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 Oh, scheiße. und eine nicht geschafft Ok, scheint aber egal was zu sein, bei einem. Ok. 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 Vielen Dank. ok flitz mal rüber das erste schicken wenn es über mehr Etagen geht, das wird hier richtig heftig dann das geht viel schneller jetzt habe ich den noch 400 Minuten ok das wieder das und holen wir den da rein da rein da 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 keine Panik da 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 das da ist da da schläft noch einer ins zimmer die muss ich mal selber machen viel zu groß ok bezahlen klar sandwich wir machen jetzt fertig da muss man selber machen der kaffee läuft immer durch das muss ich nur abholen der kaffee abholen sandwich machen das ist der Double-Ine Sandwich das wird knapp 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 ich dachte wir wollen Kaffee noch sechs Sekunden Zeit läuft auch weiter zwei Sekunden warte mal ich kann was Neues kaufen darf ich nicht dann über drei Etagen öffnen eine Rakete erhalten wie viel Geld habe ich 1026 Rezeption vier Sekunden das wird empfohlen komm du mach mal das doch zack was war hier für ein Fett ok ok sandwich ach so da 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 ich muss es mal sauber machen ich muss es mal sauber machen das ist so schauch 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 Ich fiele mal noch Kaffee Eine Minute, gleich kriegst du dein Sandwich. Alle Zimmer sauber und alle Gäste weg. Witziger Spiel, ja. Ich bin gespannt, was in den anderen Hotels alles passiert. Wer ist fertig? Da steht er schon. Kaffee Nr. 1. Ein Kaffee. Oh, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Oh, was ich hier? Oh mein Gott. Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? 1 Sekunden langsamer Wesen Oh nein, nichts kaufen Habe ich jetzt was ich... Ah, das wird es empfohlen Warum? Kaufen So, fertig Beschleunigen Okay Nächste Runde Ein Zeppelschmack Ich muss nur was Schwiegen Kaufen Untertitel Jetzt machen wir nur Das ist ein Mensch. 1. Kaffee 2. Kaffee 3. Kaffee 3. Kaffee 4. Kaffee 4. Kaffee 5. Kaffee 5. Kaffee 5. Kaffee 6. Kaffee 6. Kaffee 7. Kaffee 7. Kaffee 8. Kaffee 8. Kaffee 9. Kaffee 9. Kaffee 9. Kaffee 9. Kaffee 10. Kaffee Ach ja, eine Minute habe ich noch. Nein, Fleischbrinke, empfohlen, das, kaufen wir, was, habe ich so wenig Geld, oh, ein bisschen, keinen einzigen Kunden verlieren, okay, fangen wir an, Sandwich machen, jetzt kommt der erste Heini, der kommt in 104 rein, geht am schnellsten, zack, 103, jetzt kommt in 102 rein, der will Kaffee, sauber machen, kommt in 101 rein, bezahlen, bezahlen, da will ein Sandwich, nehmen wir gleich zum Saubermachen mit, mal das nächste Zimmer sauber, Kaffee gibt es gleich, Kaffee, Sandwich machen, jetzt kann ich nichts holen, ich habe nur noch eine Hand frei, oh gut, Sandwich, Kaffee, und zwar müssen wir ihn sauber machen, oh, da ist Sandwich, ah, ich kann immer die reinfallen, das ist gut, als nächstes rennt er da hin, wow, jetzt kriegt er so hin, ja, jetzt kriegt er so hin, 0,5 Sekunden bleiben sie länger an der Rezeption, 0,5 Sekunden, naja, oh, eine harte Runde jetzt, Lila, erstmal Sandwich machen, einmal durchatmen, die Gäste, da will Kaffee, oh, das ist gut, Lila, bekä, Lila,ceks! Glö� O schützt an, Kaffee! Lila, attack uns Soul inför … eerste Sợi, langs Deine van Letschis Was habe ich denn hier? Nein! Erstmal da! Das schaffe ich doch nicht mehr! So ein Mist! Oh nein! Oh! Ein Gast ist abgehauen! Naja! Was solls! Nicht geschafft! Okay! Ich bin traurig! Geld auch nicht bekommen! So! Dann probiere ich nochmal die Runde! Was soll ich denn hier nehmen? Ich schaff das nach Ohne! Ein bisschen mehr konzentriert! Okay! Ich fang mit Sandwich machen! Schmal! Ein Quartieren! Ein Quartieren! Ein Quartieren! Ein Quartieren! Ja, guck mal. Okay, I'll go down. Eins, zwei, gut. Puh. Na, super. Gut, wird mal sein, das war's für heute. Wir haben noch die letzte Truhe. Also, ich denk mal, das ist die letzte Runde jetzt. Die letzte Truhe. Letztes Geschehen. 20 Likes. Okay, 20 Likes. Sandwich machen. Ein Quartier. Ein Quartier. Ein Quartier. Ein Quartier. Ein Quartier. Ein Quartier. Kaffee ist da. Das ist der. Sandwich ist gleich fertig. Damit muss man auch viel arbeiten, mit 1 und 2, da müsste ich ganz so stressig. Wapp, haben wir ein Sandwich vielleicht mal? Ne? Ich laufe schon die ganze Zeit mit dem Sandwich hier rum, wollen wir kein Sandwich haben? Da, bitteschön. Neun Kaffee gleich. Kann ich das doch wegschmeißen? Noch ein Sandwich. Ich probiere mal aus, kann man es wegschmeißen? Ui, komm mal. Nice. Ich habe mehr wie 20 Likes. 23 Likes habe ich. Weiter. Jawohl. Geste, muss man anschauen, was drin ist. Ok, wieder eine Rakete. Wenn einer unzufrieden ist, kann ich Rakete schießen und sind alle wieder zufrieden. Das wird empfohlen. Jetzt sind zwei Ecke unterwegs. Da guckt er raus. Na gut. Ganz witziges Spiel. Bisschen stressig finde ich das. Jawohl, wir wollen es wirklich beenden. Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.